Hallo Community, mein Name ist BlackPhantom und ich möchte euch herzlich willkommen heißen auf den wiederbelebten Trophies.de Channel. Ich präsentiere euch heute das allererste Video, seitdem der Kanal seit ein paar Tagen wieder da ist. Und zwar möchte ich euch das erste Spiel vorstellen in unserer Rubrik Spielevorstellung. Es handelt sich hier um FIFA 14, denn alle Jahre wieder bringt EA ein neues FIFA raus und erfüllt damit seinen Soll an Sportspielen, was den Fußballbereich angeht. Ich möchte euch also heute kurz das Spiel erklären, kurz ein paar Sachen zeigen und ja, ich fange einfach mal an. Also wie gesagt, FIFA 14, vorerst für PS3, erscheint erstmalig nächstes Jahr oder dieses Jahr eher gesagt für PS4 auch. Ich durfte es auf der Gamescom schon für die Xbox One und für die PS3 anspielen, auf der Xbox One beziehungsweise dann auch auf der PS4 wird es natürlich grandios. Ich meine, es ist einfach was ganz anderes, Next Gen, die Konsole ist genial, das Spiel ist echt was ganz anderes, man kann es nicht vergleichen. Aber da wir momentan nur die PS3 Version oder beziehungsweise die Xbox 360 Version haben, werde ich mich damit beschäftigen und euch das kurz so vorstellen. Was hat sich verändert, was hat sich verschlechtert, verbessert und dann werde ich mal eine kurze Halbzeit Fußball spielen, damit ihr das mal so ein bisschen im Video seht, falls ihr es nicht schon irgendwo gesehen habt. Also FIFA 14, wie man schon sieht, das Menü hier ist komplett anders geworden, also es ist moderner geworden. Ist wie bei NHL und bei Madden ist es dann halt genauso, das ist dieses neue Lineup, was EA fahren will, was meiner Meinung nach sehr gut ankommt. Also es sieht wirklich deutlich schöner aus. Wir haben jetzt einmal hier das Hauptmenü, wo man so die wichtigsten Dinge sieht, dann haben wir hier einmal daneben das Spielenmenü, hier haben wir jetzt die ganzen Sachen eingebaut, was alles spieltechnisch, offline, online angeht, komme ich später nochmal kurz dazu. Dann haben wir den Football Club, wo man ganz normal über den Katalog Sachen kaufen kann, wie früher, über die FIFA Points, die man rechts oben sieht und dann hat man hier so Freunde, News, Meldungen und so weiter. Und als vierten Punkt hat man jetzt Anpassen genommen, wo man halt alles einstellen kann, Online-Einstellung, Profileinstellung, alles was das angeht. Uns persönlich interessiert natürlich am meisten das Spielenmenü. Einmal haben wir den ganz normalen Anstoßmodus, was jetzt neu ist, mit dem rechten Stick kann man jetzt hier durchschalten, zum Beispiel auf die Highlights der Woche, formstarke Spieler, formstarke Teams kann man jetzt hier durchschalten. Das Ultimate Team, wie gewohnt, immer noch da, weil ist halt für viele Spieler doch eine coole Sache, die Online-Saison, wo man halt sich mit anderen messen kann, neu dabei, diesmal auch als Koop. Man kann also mit einem zweiten Spieler dabei sein und zocken, normalerweise wieder die Trainerkarriere und die Spielerkarriere, der Pro-Club, die normalen Online-Freundschaftsspiele und die Skill-Spiele, beziehungsweise Arena-Spieler gibt es jetzt auch getrennt als Punkt. Skill-Spiele kennen die meisten halt schon, ich sag mal, die meisten Sachen sind gleich geblieben, die Koop-Saison ist neu hinzugekommen, das ist ein großer Punkt und sonst hat sich nicht viel getan. Wie gesagt, das ganz normale Anstoßmenü gegen eine CPU, Ultimate Team, dieses Fantasy-Card-Game, dieses Mal hat EA sogar auf die IF-Trophäe verzichtet, welche ja dermaßen gezwungen hat, ewig dort Packs zu ziehen, wenn man auf die Platin scharf war, dass es schon genervt hat. Darauf hat EA verzichtet, genauso wie auf diese 85 Millionen Wert-Trophäe. Also EA hat allgemein, was Trophäen angeht, radikal reduziert und die Platin ist, wenn man sie denn möchte, in 20 bis 30 Stunden locker erreichbar, wo man für den 13er aus Uni 50 bis 100 Stunden gebraucht hat und für den 12er ebenfalls hat man hier natürlich deutlich eine Verkürzung der Spielzeit. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass EA die IF-Trophäe rausgenommen hat, weil das war für EA wirklich die größte Einnahmequelle. So viele Leute haben echt Geld in das Spiel gesteckt, um diese Trophäe zu bekommen, deswegen ist es eigentlich ganz cool, dass EA darauf verzichtet hat. Generell, die Trophäen sind sehr gekürzt worden, es gibt kaum noch Online-Trophäen, Pokal kann man offline gewinnen, was ja für einige eine Hürde war. Die meisten Hürden bieten zwei Trophäen, das sind einmal die Skillspiele, alle auf Silber zu bringen, beziehungsweise eine auf Legende zu bringen, das kann ein bisschen nervig sein und ein bisschen hart, aber mit Übungen sollte das jeder schaffen. Und das Zweite muss man eigentlich boosten, weil offline wird man es fast nicht schaffen, denke ich. Man muss als Abwehrspieler mit einem Kopfball klären, mit einem Flugkopfball klären und das ist wirklich fast unmöglich für die meisten, weil die KI flankt jetzt nicht sonderlich viel und muss man halt schon boosten, dass derjenige springt, dann geht das. Also drumherum 20-30 Stunden für die Platin, Schwierigkeit 2-3, kann man rechnen für das Spiel, das leichteste und kürzeste FIFA, was hier erschienen ist sozusagen. Ja, was hat sich verändert in dem Großen und Ganzen? FIFA 13 war sehr Pace-lastig, wie die meisten von euch noch wissen, das hat man vor allem im Ultimate Team oder im Pro Club gemerkt. FIFA 14 macht es anders, EA, der Pluspunkt, sie sind darauf eingegangen, der Negativpunkt, sie haben es falsch gemacht. Jetzt ist das Spiel zwar deutlich langsamer geworden in seinem Fluss, aber es ist zu langsam geworden. Das Spiel ist teilweise einfach nur sehr hakelig. Man kann als Stürmer kaum noch richtig den Stürmer zurückziehen und jemanden austricksen. Es ist halt ein bisschen behäbiger geworden. Es ist zu viel Geschwindigkeit entnommen worden. Also hier müsste EA noch ein Patch bringen, der einen guten Mittelweg zwischen Geschwindigkeit und behäbigem normalen Gameplay findet. Momentan ist es halt zu langsam. Was hat sich noch verändert? Wie gesagt, Ultimate Team hat sich halt mehr so Nebensache entwickelt, man muss kaum noch was machen. Wer Lust auf den Modus hat, tut's, wer nicht, der nicht. Mein persönliches Empfinden ist, Abseits hat sich in FIFA 14 Arc verstärkt. Also die Abseits-Falle muss nicht mehr eingestellt werden, sie ist ja fast generell Teil des Gameplays. Das ist wirklich so ein Ding, okay, muss nicht sein. Das Gameplay an sich hat sich aber verbessert, das muss man schon mal so eingestehen im Großen und Ganzen. Denn Passkontrolle, Flanken sind physikalisch schon deutlich leichter, sind realistischer vor allem und die Spieler können besser annehmen. Das Stellungsspiel hat sich verbessert, also man merkt schon, da hat EA schon ein bisschen was gemacht in der Version. Aber es fehlt halt immer noch dieser Feinschliff, also es ist halt immer noch kein perfektes FIFA, wie all die Jahre. Jedes FIFA, die letzten Jahre, hatte einen Fehler und so auch FIFA 14. Das sind halt die kleinen Dinge, die einfach nicht so wollen. Online ist es immer noch dasselbe. Am Anfang gibt es viele leckende Gegner. Ja, das ist halt eine Behinderung, macht halt online teilweise kaum Spaß. Diese 5-Minuten-Regelung, die es früher gab, dass man in den ersten 5 Minuten im Pro-Club zum Beispiel raus kann oder in der normalen Saison wurde entfernt. Anscheinend gab es da doch viel Negativ-Feedback. Ich fand es nicht schlimm, weil wenn jemand wirklich geleckt hat, konnte ich gehen. Jetzt muss ich mich mit diesen leckenden Menschen auseinandersetzen und muss irgendwie diese Spieler tragen, damit ich das nicht als Verlust angewertet kriege. Ist also ein Pro und Contra gewesen, diese 5-Minuten-Regelung. Ja, was sind denn eure Eindrücke? Das ist jetzt meine Frage. Wie gefällt euch das neue FIFA? Habt ihr es euch schon gekauft? Wollt ihr warten, bis es für die PS4 kommt oder für die Xbox One? Findet ihr es besser geworden? Was ist schlechter geworden? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst uns darüber ein bisschen diskutieren. Was sind eure Meinungen zu FIFA 14? Schreibt es mir einfach rein. Und was sind eure Meinungen zu EA? Hat EA das gut gemacht? Oder sollte EA wirklich mal nicht jedes Jahr ein FIFA auf den Markt werfen und mal lieber ein Jahr Pause machen, um ein richtiges Spiel zu entwickeln? Oder findet ihr es toll, dass jedes Jahr ein FIFA rauskommt, was halt am Anfang schon nicht so super ist und dann eventuell gepatcht werden muss oder sogar sollte? Also schreibt mir eure Meinung zu FIFA, zu EA. Schreibt es mir in den Kommentaren rein. Interessiert mich brennt, was ihr darüber haltet. Würde ich gerne mal lesen, was ihr so denkt. Egal, ob ihr das Spiel jetzt besitzt oder nicht. Oder wenn ihr bei einem Freund gespielt habt, schreibt es mir einfach rein. Schreibt immer sachlich eine Begründung dazu. Also jetzt so Beleidigungen gegen EA oder so helfen niemandem weiter. Ich würde schon gerne sachliche Kommentare haben. Und ich werde auch nur sachlich förmliche Kommentare beantworten. So, da ich jetzt euch schon über sieben Minuten lang vollgequatscht habe und euch eventuell langweilig geworden ist, was ich nicht hoffe, werde ich euch jetzt eine Halbzeit präsentieren, wie das Spiel so ablaufen könnte. Ich bin nicht der beste FIFA-Spieler, sei vorneweg gesagt. Ich hoffe trotzdem, euch unterhält das jetzt ein bisschen. Ich werde das nur noch live ein bisschen kommentieren zu dem Game. Ich spiele jetzt hier ganz fix Dortmund gegen Schalke. Und ja, werde dann halt jetzt was ganz normal sagen. Wir machen erstmal Spieleinstellungen. Vier Minuten, damit die Halbzeit jetzt nicht so ewig geht. Team-Management hat sich nicht verändert. Man kann die Formation weiterhin hier verstellen. Man kann entweder die Standard-Formation nehmen, wie die Mannschaft im richtigen Leben spielt. Oder man verändert jetzt hier die normale Formation. Die Kader-Anpassungen werden jede Woche immer geupdatet. Die sind halt wirklich von der richtigen Bundesliga abhängig. Also wenn die Spieler dort verletzt sind, dann stehen sie hier auch nicht im Kader drin. Ist eine ganz interessante Sache. Man kann sich, wenn man das nicht möchte, auch die Kader offline hier fertig bearbeiten. Dann hat man diese Sorgen nicht. Aber ansonsten ist das ganz gut gelöst. So, Startspiel starten. Und dann geht es schon los gegen die KI. Ja, was hat sich nicht verändert? Die Skillspiele sind weiterhin hier aktiv in der Halbzeit. Bei FIFA 12 war es noch die Arena. Seit FIFA 13 sind es die Skillspiele, die die Wartezeit verkürzen sollen. Entweder man wartet, bis die Zeit rum ist, oder man tut es einfach. Ist ein lustiger Zeitvertreib im Gegensatz zu diesen Bitte-Warten-Ladebildschirm. So. Im Großen und Ganzen, die Grafik hat sich jetzt nicht sonderlich verbessert. Was will man aus dieser Konsole noch rausholen? Die PS3 ist nun mal langsam gelutscht, der Drops. Deswegen, auf der PS4 merkt man schon deutlich den Unterschied. Kommentatoren, wie eh und je, sind frei einstellbar. Das hat sich auch nicht verändert. Und ja, im Endeffekt, es gibt halt wieder alle Schwierigkeitsklassen. Dem Profi so langweilig ist, der kann sich auf, sag schon, auf Weltklasse und Legende austoben. Und ja, ist halt nicht schlecht gemacht. Irgendwie, äh, muss ich mal kurz gucken, spielt sich's komisch? Einstellungen. Okay, das CPU-Gameplay habe ich zwar gestern zurückgesetzt. Hat sich auch wieder verändert, ganz komisch. Das sind auch so die Einstellungssachen. Haken manchmal, man stellt's ein, spielt und nach dem Spiel ist es wieder verändert. Aber egal, so, dann jetzt. Und abseits. Wo am Anfang schon erwähnt, ähm, ja, abseits ist halt gängig hier in dem Spiel mittlerweile. Das war zwar gleiche Höhe, ungefähr, aber EA hat leider noch nicht rausgekriegt, was das bedeutet und dementsprechend ist das meistens alles abseits geregelt. Was hat sich negativ verändert, wenn wir gerade dabei sind? Ähm, Kopfbälle sind in FIFA 14 sowas von extrem überpowered, sei es von Ecken oder Freistößen. Jeder, ich nimm's noch ein bisschen tief, jeder vierte, fünfte Kopfball ist sicher drin. Das merkt man vor allem online, ähm, das ist wirklich hart geworden. Also, Kopfbälle sind wirklich eine extreme Waffe geworden in diesem Spiel. Das ist ein bisschen schade, ähm, wie man schon sieht. Also, ich find, man sieht's vielleicht im Video nicht so, aber beim Spielen, es ist halt wirklich langsam geworden. Man muss sich direkt an dieses neue Gameplay gewöhnen. Es ist nicht mehr schnell, es ist einfach nur träge, es ist langsam. Ja, dadurch wirkt's halt immer ein bisschen hakelig. Ja, es ist schade, weil man kann manchmal, ähm, gerade im Ultimate Team find ich's halt schade. Klar haben manche Spieler einen hohen Pace, aber, ähm, ja, man merkt's halt nicht. Also, wofür haben sie's denn, wenn sie, ähm, dann nicht irgendwie jemanden wegrennen können? Das ist halt das, was wirklich schade ist. Das macht, ähm, halt irgendwo wieder das Gefühl, dass EA was richtig machen wollte, aber was verbockt hat, äh, das ist halt wieder so das Gefühl. Und das ist halt schade. Ansonsten hat sich halt an der grafischen Option nicht viel geändert. Namen, Energieanzeige, äh, links oben die Uhr. Ja, das ist alles so geblieben im Großen und Ganzen. Was will man großartig halt aus so einem Spiel wie FIFA noch machen? Ähm, höchstwahrscheinlich wird's für FIFA 14 dieses Jahr ein DLC wiedergeben, für WM, wie es damals für FIFA 12 den E im DLC gab. dürfte dann irgendwann nächstes Jahr ein, zwei Wochen vor WM-Start, denke ich, rauskommen. So ist es eigentlich bei EA meistens üblich gewesen. Und, ja, sonst gibt's, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen zu dem Spiel. Es ist halt alle Jahre wieder, wie gesagt. Aber ich wollte's euch halt trotzdem als erstes Video präsentieren, euch den Kanal nochmal damit kurz vorstellen, der wieder belebt wurde dadurch. Und, ähm, ja, ich würde mich auch freuen, ist jetzt für diesen Kanal mein allererstes Video, weil ich früher, wo dieser Kanal Videos produziert hat, noch nicht dabei war. Habt einen privaten Kanal, den kennen einige vielleicht, ähm, ist auch im YouTube, ähm, rechts oben nochmal mit verlinkt. Würde mich halt auch freuen, wenn ihr mir Feedback darüber gebt, wie fandet ihr jetzt, äh, mein erstes Video auf dem Kanal, wie fandet ihr meine Vorstellungen, was kann ich besser machen, was fandet ihr ganz grausam schlecht. Ja, ähm, wie gesagt, wir leben ja von Feedback, und deswegen würde ich mich freuen über Feedback von euch. Und, ja, ansonsten, bleibt mir wirklich nicht viel zu sagen. Gebt mir, wie gesagt, eure Meinung, eure Kommentare zu FIFA, zu EA, und über mich ab. Also habt ihr ein bisschen was zu schreiben, wenn ihr wollt. Aber nur durch dieses Feedback wird halt alles besser, oder es ist halt gut, so wie es ist. Die Halbzeit neigt sich dann langsam dem Ende, ist immer noch 0-0, und da fällt das 1-0. Ähm, ja, ist halt standardmäßig geblieben. Schlenzer können immer noch gut was, wenn man die einsetzt. So stark wie FIFA 12 sind sie natürlich nicht mehr, aber sie taugen immer noch gut was. Ja, ansonsten hat sich wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, nichts großartig verändert. EA hatte ganz am Anfang, zwei Tage nach Release, mal kurz einen Patch rausgebracht, der die Geschwindigkeit erhöhen sollte. Der wurde aber innerhalb kürzester Zeit wieder runtergenommen, weil es dann wieder zu arg war, und da kamen wieder Beschwerden in die Richtung. Es ist halt, wie gesagt, echt schwierig, glaube ich, auch einen Mittelweg zu finden, oder diesen zu programmieren, oder EA tut sich einfach so schwer. Auf jeden Fall haben sie es versucht, mit einem Patch zu schaffen, aber der hat halt leider nicht so richtig funktioniert, und dementsprechend ist es jetzt wieder auf dem alten Stand, und es ist abzuwarten, was EA jetzt noch unternimmt, oder ob sie überhaupt was unternehmen. Das ist ja bei EA auch immer so eine Sache, ob sie denn wirklich gewillt sind, etwas zu unternehmen, oder ob sie sich das einfach dabei schleifen lassen, und sich auf ihre Verkaufszahlen freuen, die ja eigentlich fast garantiert sind, denke ich mal, weil die meisten, die FIFA immer kaufen, werden es sich auch wieder kaufen, also es ist halt so eine fortlaufende Seuche, würde ich sagen. Was sich noch verändert hat, tricksen geht jetzt ohne die L2-Taste, man kann einfach den rechten Stick benutzen, dementsprechend versuchen es halt auch viele online einfach mehr zu tricksen als sonst. Das sind halt so die groben Veränderungen. So, die erste Halbzeit ist durch, ich zeige euch jetzt noch kurz dieses Halbzeitmenü, und danach sind wir mit dem Video fertig. So, wie man es sehen kann, man kann jetzt hier in diesem Team-Management-Menü jetzt schon die Aufstellung einfach mit dem rechten Stick hier verändern, so die größten Aufstellungen, können jetzt hier auch Team-Auswechslung vornehmen, kann jetzt hier nochmal Einstellungen treffen, oder hier nochmal sich diese Halbzeit-Statistik anschauen. Also gerade links mit diesem Menü hier, mit dieser Schnellumstellung, finde ich ganz interessant, weil man sich jetzt doch nochmal umplanen will, weil man zurückliegt. So, mehr bleibt mir eigentlich dabei nicht zu sagen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen, und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben auf dem Video, wie gesagt, in den Kommentaren dann euer Feedback, und dann sage ich bis zum nächsten Mal, entweder von mir oder einer meiner Kollegen, und ja, macht's gut.